Und nach Rebekka Kirchbommer von der ÖVP gibt es nun doch noch eine weitere Wortmeldung von Ulrike Fischer, die Grünen. Ihr werdet es gleich hören, es geht nur um eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wir haben heute hier gesagt, Lebensmittelverschwendung ist uns so wichtig. In der Kantine gibt es noch frisches Gepäck, frische Weckerl, die sind heute frisch, morgen leider weg. Oder ihr wisst, wo sie hinkommen, bitte holt euch das, in Zukunft organisieren wir das anders. Aber bitte holt euch noch die Weckerl, weil sonst muss alle ich mit heim zahlen.